Fabian Klos und Christoph Kramer im Kader. Das können Gamechanger sein. Chris Kramer hat Bock. Ich bin gespannt auf das große Duell von Calcio Berlin gegen Golden 11. Chris Kramer nach fünf Sekunden. Und hier noch mal Chris Kramers Gelegenheit direkt vom Anschluss weg. Und es wird Plus One. Der Typ ist eine absolute Maschine. Dylan Boss hat hier letzte Woche mit Benderriss gespielt. Dürfte immer noch nicht ganz ausgeheilt sein. Ganz, ganz dick getaped. Und jetzt ist er geschlagen von Joshua Holmby. 1-0 gewollt in Eleven. Ein Spiel auf absolute Augenhöhe. Beide Mannschaften nicht mit ihrer besten Performance heute. Aber sie zeigen in Ansätzen, wie interessant Teams das sind. Wir spielen hier mit Abseits. Und das ist auf der Gegenseite ein klassischer Fabian Klos. 2-0 durch Fabi Klos. Der Mann mit der Maske steht da, wo ein Mittelstürmer stehen muss. Schön im letzten Drittel in die Breite gespielt. Genauso muss es gehen. Ich habe von der Spritzigkeit von ihm gegangen gesprochen. Und da macht Fabi Klos keiner was vor. Das weiß auch Flo Neuhaus. Marcel Demircan. Der Trainer von Calcio Berlin. Der Mann dem Krögi, Nico und Niklas Levinson vertrauen. Fabi Klos und Dome Wüst in der Mauer. Kevin Weggen beim Freistoß. Der kann das. Kevin Weggen. Boah, Junge. Der hat zornige Freistoße. Das ist ja nicht normal. Oder ein Penalty, wenn Kevin Weggen zum Freistoß ansetzt. Boah, Bruno Staud ist da. Bruno Staud übrigens nebenbei leerer. Denn sie wissen, Kevin Weggen ist es für dieses Spielsystem. Kevin Weggen. Wow, Weggen. 2-1. Kevin Weggen mit dem Anschlusskrempfer. Echt wenig gelungen, aber er hat sich voll reingeballert. Kevin Weggen. Einen hat er gemacht gerade. Und jetzt. Und jetzt. Der Vaginator ist zurück. 2-2. Der Doppelpack durch Kevin Weggen. Und dieser irre Typ. Kevin Weggen. Weggen. Boah. Ist er mutig. Der Wüst. Ist er mutig. Unverwüstlich. Minute noch. Dominik Wüst. Der kann es auch. Wüst. Und er ist drin. Dominik Wüst. 3-2. Golden Eleven dreht das wieder. Mit dem 3-2 in der neunten Führung. Kevin Weggen. Weggen, das ist doch der Dreierpack. Headtrick in 1-on-1. 3-3 durch einen Dreierpack von Weggen. Seginiul. Dieses Spiel hatte nochmal alles. Ferit!